In dem jetzigen Referat wollen wir kurz reden über die internationalen Aktivitäten unserer internationalen Organisation, dem Committee for Workers International, wo die SLP die österreichische Sektion ist. Über die Arbeit unserer internationalen unsozialen Protesten aufgrund der Krise, die sich, wie der Lukas bereits gesagt hat, immer weiter zuspitzt. Verbesserungen sind momentan nur für und von einer kleinen Minderheit. Das drückt sich dann für eine große Mehrheit an Arbeiterinnen und Arbeitern aus in Kürzungen, Jobabbau, Austerität und nur noch mehr Arbeitslosigkeit, nur noch mehr Wohnungslosigkeit, Privatisierungen, Privatisierungen und noch mehr Privatisierungen. Dagegen gibt es als Ausdruck weltweit Massenproteste, Organisation von Arbeiterinnen und Arbeitern und da sind unsere Genossen weltweit ein fixer, wenn nicht führender Bestandteil. Und da möchte ich führende Länder, wo der Klassenkampf besonders stark ausgeprägt ist oder besonders interessant ist, wenn auch nicht so stark ausgeprägt, hervorheben. Es sind unter anderem Brasilien, die USA, Südafrika, Griechenland, Hongkong, Israel und Palästina, Russland, Irland und Schottland. Brasilien ist besonders interessant wegen der Polarisation, die in der Gesellschaft noch einmal stärker geworden ist durch die Fußball-Weltmeisterschaft, durch die Kürzungen, die im Anbetracht von diesem irrsinnigen finanziellen Aufwand die Regierung der Arbeiterklasse in Brasilien aufgehalst hat. 2013 hat es im Anbetracht dieser Weltmeisterschaft die größten Proteste seit 20 Jahren in Brasilien gegeben. Schon lange hat sich eine soziale Explosion abgezeichnet. Das hat subjektive und objektive Gründe, die sich in vielen Punkten finden lassen. Unter anderem, dass tausende Menschen wohnungslos sind. Das hat in Brasilien die letzten Jahrzehnte ganz im Zeichen von mehr und mehr Privatisierungen stehen. Es hat schon 2012 eine Abzeichnung von erhöhten Streikzahlen gegeben. Und diese soziale Explosion, die ist in nächste Nähe gerückt. Es hat 2012 einen historischen Streik gegeben in der Verwaltung und im Bausektor, an dem sich 300.000 Menschen beteiligt haben. Das heißt, die Streiks und die Proteste haben in Brasilien eine ganz neue Größenordnung erreicht. Die Regierung hat 2013 die Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr erhöhen wollen. Und das hat dann sozusagen das Fass zu überlaufen gebracht. Ganze Quantität aus Unruh, die ganze Quantität aus Kürzungen durch die Regierung schlägt in eine neue Qualität an Massenprotesten um. Und zwei Millionen Menschen gehen auf die Straße. 500 Städte werden in Brasilien lahmgelegt, wo auch unsere Genossen und Genossinnen führend dabei sind, Material zu verteilen, führend dabei sind, diese Proteste zu organisieren. Der Druck ist in dieser Situation so groß auf die Regierung geworden, dass sie diese Fahrpreiserhöhung zurücknehmen hat müssen. Das ist im Anbetracht von zwei Millionen Menschen, muss man aber ganz ehrlich sagen, nicht viel. Es wäre mehr drinnen gewesen. Der einzige, und das ist ein wirklich wichtiger Erfolg, den die Bewegung erzielt hat, ist, dass durch diese Kämpfe, durch die Organisation von Arbeiterinnen und Arbeitern, der brasilianischen ArbeiterInnenklasse das Gefühl gegeben worden ist, dass sie durch Kämpfen und Organisation etwas erreichen können. Es sind dann so Plakate bei Demonstrationen hochgehalten worden mit Aufschriften wie Bildung und Gesundheit soll die FIFA zahlen. Es ist dann eben zu Protesten konkret zur FIFA gekommen, weil das Milliarden Euro verschluckt hat, Milliarden und Abermillionen von Euros. Und dieses Geld hat dann konkret im Gesundheitssektor, im sozialen Sektor und so weiter und so fort gefehlt. Gerade vor Stadien, in den Vorausspielen, hat es große Proteste gegeben, wo die Polizei so viel Tränengast teilweise eingesetzt hat, dass die Spieler in den Stadien selber drinnen die Auswirkungen davon zu spüren bekommen haben. Die Präsidentin von Brasilien, Dilma, hat vor den Protesten eine Beliebtheit von 60 Prozent in den Umfragen gehabt. Jetzt nach den Protesten ist sie unter die Hälfte gesunken. Und es steht jetzt in den Sternen, ob sie wieder gewählt wird. Unsere Genossen und Genossinnen in Brasilien gehen davon aus, dass sie wieder gewählt wird. Aber es ist jetzt eine ganz andere Qualität in der politischen Landschaft, die wir nach diesen großen Protesten gegen die Weltmeisterschaft vorfinden. Es hat einen großen Bildungsstreik gegeben, bei dem unsere Genossinnen und Genossen es geschafft haben, 100.000 Menschen auf die Straße zu mobilisieren. Es waren auch unsere Genossinnen und Genossen vom CWI die führende Sprecher bei den Protesten waren. Der Hauptsprecher bei einem großen Protest mit mehreren 10.000 Teilnehmern gegen die FIFA-Weltmeisterschaft und für soziale Verbesserungen war ein Mitglied der LSR unserer Sektion in Brasilien. Unsere Genossinnen und Genossen haben in Brasilien gute Kontakte im Busfahrerstreik, zu denen dort den Busfahrern aufbauen können, haben, weil dort viele unserer Mitglieder angestellt sind, in der Rüstungsfabrik führende Positionen im Widerstand gegen Kürzungen, ebenfalls in der Chemieindustrie. Bei den U-Bahn-Beschäftigten, bei der Metro, ist ebenfalls unsere Sektion, die führend bei der Verteidigung des Streiks, der jetzt schon Wochen andauert, dabei, wo auch 42 Kolleginnen und Kollegen bei der Metro entlassen worden sind. Die sozialen Proteste werden sich auch weiterhin in Brasilien zuspitzen. Bis jetzt sind gerade einmal 10% der Verbesserungen, die die Regierung im Zuge der Weltmeisterschaft versprochen hat, durchgesetzt worden. In Sao Paulo wird voraussichtlich bis Ende des Jahres die gesamte Wasserversorgung zusammenbrechen. Und das würde noch viel früher passieren, wenn die Regierung nicht jetzt schon in den ärmeren Vierteln von Arbeiterinnen und Arbeitern die Wasserversorgung gekappt hätte. Wo man teilweise nur an bestimmten Tageszeiten mehr Wasser kriegt. Und auch hier wird es extreme soziale Sprengkraft in der Zukunft geben, wo unsere Sektion konkret angreifen kann. Das Wirtschaftswachstum ist von 2% in den letzten Jahren auch lieglich 1,2 bis 1,6% gesunken. Inflation 6 bis 7%. Im Autosektor 4.000 Autos stehen einfach in der Gegend herum und werden nicht verkauft. Eine irrsinnige Blase und Spekulationsblase. Auch hier Basis für weitere Kürzungen, Basis für weitere Massenentlassungen. Entlassungen, die nur einen Funken für weitere Kämpfe der Arbeiterinnenklasse in Brasilien legen werden. Auch auf Wahlebene drückt sich das aus in einer Stärkung der linken Partei PSOL, die bei den nächsten Parlamentswahlen wahrscheinlich doppelt so viele Parlamentssitze bisher einnehmen werden kann. Einer der jetzigen Kandidaten war auch bei der CWI-Sommerschulung in den 90er Jahren dabei. Wir haben da gute Kontakte dazu. Und auch unsere Genossen sind auf Wahlebene als Vertreter der Proteste in Brasilien führend mit dabei. Ein unserer Genossen von CWI, der in der Provinz Rio Grande kandidiert, hat eine Zustimmung von 4% und sogar 10% in der Hauptstadt. Das mag wenig klingen, ist aber auch nur der Anfang im Anbetracht von den Entwicklungen in Brasilien. Das heißt, wir sind in Brasilien aufgrund der Klassenkämpfe, die jetzt weitergehen werden, auch nach der Weltmeisterschaft, die treibende Kraft hinter diesen Protesten. Wir haben momentan 230 Mitglieder in Brasilien und werden diese Mitgliederzahl jetzt bis Ende des Jahres auf 300 und noch weiter ausbauen, während die bolschewistische Tradition einer revolutionären Partei trotz dieser Zunahme an Mitgliedern aufrechterhalten und weiterhin auch die Avantgarde in diesem Kämpfen, die die Arbeit in der Klasse in Brasilien zu bestreiten hat, darstellt. Kommen wir gleich zur nächsten sehr erfolgreichen Partei, nämlich in den USA, die Socialist Alternative, die in jüngster Vergangenheit ja für uns das erste Mal seit 100 Jahren einen Stadtratssitz errungen hat mit unserer Genossin Chama Sawant. Aber kurz mal zu den Hintergründen. Es gibt eine extreme Einkommensungleichheit in den USA. Sogar manche bürgerliche Kommentatoren von einem kensischen Standpunkt finden das eher bedenklich. Da hat ein Milliardär den netten Ausdruck gebraucht, ich zitiere, wenn wir unsere Politik nicht ändern, werden wir auf den Status Frankreichs vor der Revolution im 18. Jahrhundert zurückfallen. Die Leute werden mit den Beugabeln vor unserer Tür stehen. Sehr nett, dass der Angst hat. Er hat zu Recht Angst, denn die Arbeiterklasse und ihre Organisationen sind in den USA im Kommen. Der Aufschwung, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, ist auch in den USA zwar vorhanden, aber nur von einer kleinen Gruppe und für eine kleine Gruppe. Die Masse der Arbeiter, die spürt davon nichts. Und diese Wut, die existiert, die hat sich dann in der Vergangenheit, zum Beispiel in der Occupy-Bewegung, ausgedrückt. Die Tea-Party-Bewegung, sehr interessant, die diese Wut versucht hat, rassistisch zu kanalisieren, hat nie eine Massenbasis gefunden. Und jetzt gilt es, diese Wut auch mit sozialistischen Inhalten zu füllen. Und das macht unsere Schwesterpartei in den USA. Es ist die Gefahr, dass sich aber aufgrund dieses Linksrucks, wo, wie der Lukas bereits gesagt hat, mehr Jugendliche den Sozialismus interessant finden, als den Kapitalismus, sich linkspopulistische Kräfte durchsetzen. Zum Beispiel der Demokrat, der Demokrat de Blasio, der in New York aufgrund eines linkspopulistischen Programmes gewonnen hat. Was notwendig ist, ist in den USA eine breite ArbeiterInnen-Partei aufzubauen. Und da ist unsere Partei momentan die Einzige, die da wirklich eine führende Rolle einnimmt. Die Gewerkschaftsführer, die Rechten, sind auch im Kontext von einem sehr restriktiven Gewerkschaftsrecht, haben da eher eine sehr reaktionäre Rolle. Und es liegt auch hier an unserer Partei, an unserer Schwesterorganisation vom CWA in den USA, sich konkret mit diesen auseinanderzusetzen, mit diesen Gewerkschaftsführern, sie herauszufordern und die Basis zu organisieren. Das ist mit unserer Kampagne, die wir mit dem Antritt von Chama Savant als Stadtrat in Seattle angefangen haben, 50 Now auch konkret passiert. 50 Now ist, noch einmal zur kurzen Erläuterung, die Kampagne zur Erhöhung des Mindestlohnes, zuerst in Seattle, jetzt in den ganzen USA, 15 Dollar pro Stunde. In der Vergangenheit hat es schon Proteste gegeben, aber es war erst dann unsere Sektion, die diese Proteste organisiert und zusammengeführt hat und zu dieser Schlagkraft verholfen hat, die im Endeffekt dann jetzt die Insiegerungen hat. Wir haben den 15 Dollar Mindestlohnes, wenn auch noch, wobei wir uns dagegen wehren, mit einigen Ausnahmen bis jetzt nur in Seattle. Jetzt ist es in den ganzen USA im Kommen und wir bauen in den ganzen USA neue Ortsgruppen auf, haben allein in den letzten Monaten unsere Mitgliederzahl auf 500 Mitglieder verdoppelt und werden auch weiterhin uns mit den Arbeiterinnen und Arbeitern organisieren. Es hat vielleicht ein nettes Zitat, am Ende ein rechter Gewerkschaftsführer, ein lokaler rechter Gewerkschaftsführer sich dann sogar zu der Aussage hinleiten lassen. Normalerweise sind es die Gewerkschaften, die die Arbeiterrechte verteidigen oder die am besten sind, die Arbeiterrechte zu verteidigen. In diesem Fall war das nicht der Fall. Das war die Socialist Party, die auch hier wieder die Socialist Alternative, die die Avantgarde des Proletariats in den USA dargestellt hat und auch jetzt den Kampf für eine neue Organisation der Arbeiterinnen und Arbeiter darstellt. Gut, dann zu Südafrika, wo in den letzten Monaten Wahlen waren. Hier hat unsere Schwesterpartei das Democratic Socialist Movement in Form einer breiteren linksozialistischen Arbeitinnenpartei, der Workers and Socialist Party, kandidiert. Vorneweg, unsere Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Wir wollten einen Sitz gewinnen, dazu wären 40.000 bis 50.000 Stimmen von Noten gewesen. Wir haben nur 8.000 Stimmen bekommen und ich würde jetzt nur kurz drüber gehen, wie die aktuellen Perspektiven in Südafrika sind und wieso das zu diesem Ergebnis gekommen ist und was unsere eigenen weiteren Perspektiven unserer Schwesterorganisation sind. Es hat sich ein paar Monate nach der Gründung der Workers and Socialist Party, zu der ich dann noch komme, die Partei Economic Freedom Fighters, eine eher linkspopulistische Partei, gegründet, die 1,3 Millionen Stimmen bekommen hat können. Sie war eigentlich unser Hauptkonkurrent in dieser Wahl und wir als Workers and Socialist Party wollten mit dieser Partei zusammenarbeiten. Diese wollte aber, dass wir uns ihr unterordnen. Von dem her war eine Zusammenarbeit nicht möglich, weil ihr Programm grundsätzlich nicht auf eine kämpferische Politik aus war, sondern nur auf reformistische Forderungen gegen das Etatoulement. Dazu dann später vielleicht noch ganz kurz was, aber jetzt einmal zur Workers and Socialist Party, die am 21. März 2013 gegründet worden ist, auf Basis des Massakers von Marikana. Kurz erklärt, in der Vergangenheit haben MinenarbeiterInnen, 1.000 MinenarbeiterInnen in Südafrika für bessere soziale Rechte, für höhere Löhne gestreikt. Und das ist vom herrschenden ANC-Regime brutal niedergeschossen worden. Es sind hunderte ArbeiterInnen getötet, ermordet worden. Und die DSM hat sich, also unsere Schwesterorganisation, hat sich bei dem darauf folgenden Streik eine irrsinnige Autorität bei den dortigen Arbeitern errungen, weil sie einfach die richtigen Forderungen, nämlich nach Vergesellschaftung der Minen, der Produktionsmittel in Arbeiterhand und der demokratischen Kontrolle der Arbeiter gefordert hat. Und dadurch den Nerv der südafrikanischen Minenarbeiter getroffen hat. Das heißt, wir haben die Perspektive gehabt, mit diesen Arbeitern gemeinsam und der Gewerkschaft Mumser, die sich offiziell für den Aufbau des Sozialismus ausgesprochen hat und mit der herrschenden ANC gebrochen hat, wollten wir eine neue breite linke Arbeit in der Partei aufbauen. Das Problem war, Mumser hat sich dafür entschieden, dies erst 2016 aufzubauen. Und ja, das war ein Problem, weil das ANC-Regime ist gerade jetzt in einer Krise. Es gibt irrsinnige Korruptionsskandale. Ihre Unterstützung sinkt und sinkt. Das heißt, wenn jetzt, also wenn, warum nicht jetzt? Warum, dann wird nicht jetzt das Initiative setzt. Das heißt, wir haben ohne die breite Unterstützung von Mumser diese Partei gegründet. Und ja, damit hat eigentlich im Endeffekt das Problem seinen Anfang genommen. Wie gesagt, die IFF hat in diesem Wahlkampf eine große Konkurrenz für uns dargestellt. Ein weiterer Punkt, warum es zu diesem Ergebnis gekommen ist, ist die Rolle der Gewerkschaft AMCU, die Gewerkschaft war, zu dem wir viele Arbeiter, die uns auch angefragt haben, hingeschickt haben, sie sollen dieser Gewerkschaft beitreten. Das Problem war, was unsere Genossen, unsere Organisation auch nicht festgestellt hat, nicht frühzeitig festgestellt hat, dass diese Partei von rechten Demagogen geführt wird und im Endeffekt Arbeit dagegen uns aufgebracht hat und uns komplett von der Basis der Minenarbeiter abgeschnitten hat. Es hat von dieser Gewerkschaft teilweise sogar Morddrohungen von Genossen von uns gegeben. Das heißt, doch die Rolle dieser Gewerkschaft ist im Endeffekt unser Vorhaben schon zum Scheitern verurteilt gewesen. Trotzdem gibt es in Zukunft in Südafrika, genauso wie auch in der weltweiten Situation, Basis für weitere Proteste. Und gerade jetzt finden diese Sprecherche die erste Stadt, wo unsere Genossen drin intervenieren und jetzt vor allem sich auf den Wahlkampf 2016 vorbereiten. Es ist internationale Zusammenarbeit mit Sektionen des CWI aus der ganzen Welt. Eine Genossin aus Schweden, die Liv Shane, war in Südafrika aktiv. Und es ist ein Wahnsinn, wie verblüfft die Printmedien in Südafrika waren, dass eine zierliche, blonde Schwedin es schafft, 70.000 Minenarbeiterinnen zum Streik zu bringen. Also es zählen in Südafrika in dem Sinne nicht Ethnie, Aussehen oder Kultur, sondern die Klasseninhalte. Man kann das zeigte Beispiel unserer Genossin über diese Grenzen hinweg aufgrund von sozialen Kämpfen zusammenarbeiten. Und das ANC-Regime, das im Endeffekt auch nur im Interesse der herrschenden Kapitalistinnen wirtschaftet, kann man wirklich der Opposition darstellen. Und in der Zukunft werden wir jetzt weiter für den Aufbau der WASP, aber auch von der DSM arbeiten und schauen, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Israel-Palästina, kurz eingeschnitten, gibt es ja mittlerweile 4780 Todesopfer. Unsere Genossinnen und Genossen sind in der Antikriegsbewegung ein fixer Bestandteil. Diese Antikriegsbewegung ist, das muss vorneweg gesagt werden, eine totale Minderheit in der israelischen Gesellschaft. Unsere Position als CWI ist weder eine pro-Palästina noch eine pro-Israel-Position. Wir haben die Position, dass sowohl die israelische Arbeiterklasse als auch die Arbeiterklasse in Israel und Palästina unter den herrschenden Eliten in Israel und im Palästinenser Streifen zu leiten kann. Es ist zwar natürlich der israelische Staat der Hauptaggressor und eine totale Übermacht im Gegensatz zum Gaza-Streifen, aber das darf trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir oder unsere Sektion eine unabhängige Rolle, vor allem im Interesse der ArbeiterInnenklasse in Nahen Osten einnimmt. Die Proteste in letzter Zeit waren zuerst noch klein und haben ca. 1000 Teilnehmer eingenommen, aber es gibt vor allem in einem gewissen Teil der Bevölkerung, in einer gewissen Schicht, eine Basis für eine linke Alternative, auf die unsere Sektion auch aufbauen kann und wo man auch diese Proteste jetzt in nächster Zeit ausbauen kann. Die sehr rechte, also eine der rechtesten Regierungen weltweit unter Netanyahu, hat wie gesagt eine sehr große Unterstützung bei der Bevölkerung, weil da vor allem viel Angst vor Raketenangriffen und so herrscht. Deswegen haben auch die Raketenangriffe von Israel auf Palästin eine gewisse Unterstützung, wenn nicht eine sehr große Unterstützung. Damit müssen unsere Genossinnen und Genossen in Israel zurechtkommen, da müssen sie argumentieren. Da ist es auch sehr praktisch, dass sie als Trotzkistinnen und Trotzkisten auf ein Übergangsprogramm hinweisen können, wo wir konkrete Forderungen nach Sozialismus und konkrete Forderungen nach sozialen Verbesserungen in Zusammenhang mit dem Kampf für Frieden stellen. Weil mit Militäroffensiven kann kein Frieden in diesem Gebiet hergestellt werden. Es geht nur durch einen gemeinsamen Kampf von Arbeitern und Arbeiterinnen. Und weil eben diese soziale Gleichheit grundsätzlich einmal da ist zwischen Arbeitern im Gazastreifen und Arbeitern in Israel, sind diese gemeinsamen Proteste möglich. Das heißt, auf diese zukünftige Perspektive setzen unsere Genossen und leisten da unter sehr schwierigen Bedingungen, höchst schwierigen Bedingungen. Repression des jeweiligen Staates, unglaubliche Arbeit und werden das auch in Zukunft tun. In Russland ebenfalls schwere Repressionsmaßnahmen der Regierung. Die Regierung Putin hat vor allem durch die sehr offensive Politik an Unterstützung dazugewonnen. Wenn es auch vor zwei Jahren große Massenproteste gegeben hat, wegen Wahlfälschung. Und auch da unsere Genossen Teil davon waren. Es hat im Zusammenhang mit diesen Protesten gewisse Zugeständnisse an die Protestierenden gegeben, eine Wahlreform, die dann aber wieder zurückgenommen worden sind, weil die liberale Führung, die bürgerliche Führung dieser Proteste nicht in der Lage war, sie weiterzuführen. Sie hat Angst um ihren eigenen Einfluss gehabt. Das heißt, auch hier bietet unsere Sektion in Russland eine Alternative, nämlich eine sozialistische Perspektive, die diese Proteste auf das nächste Level gibt. Aber dazu noch kurz noch. Im Ukraine-Konflikt hat unsere Sektion ebenfalls einen Standpunkt, der weder pro Russland, wie es viele linke Kräfte, sich sogenannte linke nennende Kräfte in Russland haben, noch eine pro-Ukraine-Position, sondern ebenfalls wieder einen konsequenten marxistischen Klassenstandpunkt. Auch hier sind die Demonstrationen, die Friedensdemonstrationen von extremer Repression durch den Staat ausgesetzt. Genossinnen von uns sind in diesen Protesten zum Teil verhaftet worden und müssen auch hier die Unterdrückung des Staatsapparates erleiden. Aber, wie gesagt, wir bieten diese Perspektiven. Und die Regierung setzt heute einmal auf sehr, sehr schmutzige Mittel. Bei einem alternativen Musikfestival im Osten der Ukraine hat zum Beispiel der Verteidigungsminister Russlands dazu aufgerufen, der russischen Armee beizutreten, um das neue Russland zu erobern. Das heißt, auch hier werden Jugendliche konkret angesprochen, weil das halt auch für das Etablissement eine sehr interessante Gruppe ist. Ganz klar. Die sind auch für uns interessant und auch hier werden wir bei jungen Arbeitern weiterhin ansetzen. Russland hat eben aufgrund dieser Sanktionen, die auch durchgesetzt worden sind aufgrund des Ukraine-Konflikts, ich will jetzt schnell einmal zum Schluss kommen, was das angeht, weil es auch noch andere interessante Länder gibt, die wir noch kurz abdurchgehen wollen, ist in einer gewissen Weise isoliert worden international, nur in gewisser Weise, weil England hat zum Beispiel Finanzkapitalinteressen, in Russland, Deutschland braucht Öl, Frankreich hat wieder andere Interessen. Es ist, die verschiedenen europäischen Staaten werden diese Sanktionen nicht bis zum Ende führen und diese Sanktionen sind eher ein Ausdruck davon, dass das bürgerliche Establishment in Europa keinen Ausweg aus dieser Krise findet. Es kann nur eine Gruppierung wie wir auf Basis eines Klassenstandpunktes machen, weil wir nicht an irgendwelche profitorientierten Firmen in diesem und diesem Land gebunden sind. Ja, jetzt noch kurz zu zwei europäischen Ländern, Schottland und Irland, die beide Schauplätze von wahnsinnigen Klassenkämpfen sind und auch hier sind unsere Sektionen mitten drinnen dabei und nehmen teilweise führende Rollen in den Protesten ein. In Schottland gibt es momentan die Unabhängigkeitsbewegung und es soll jetzt dann im Herbst ein Referendum für diese Unabhängigkeit abgehalten werden. Kurz zum Hintergrund, warum es zu dieser Frage überhaupt kommt. Also grundsätzlich hat die Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse in Schottland einen höheren Anteil, nämlich um 5% höher als im restlichen Großbritannien. Das heißt, hier ist einmal eine größere Basis für soziale Proteste zu sozialen Fragen gegeben. Die Labour-Party hat als Ausdruck von dieser größeren theoretischen Wählerschicht auch meistens im schottischen Parlament oder eigentlich immer im schottischen Parlament die stärkste Kraft dargestellt. Die Konservativen, die im Rest von Großbritannien eigentlich immer die Mehrheit darstellen, haben momentan sogar nur einen Sitz. Ja, die Socialist National Party, die SNP, ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der politischen Landschaft, weil sie, um darauf jetzt zurückzukommen, die treibende Kraft hinter dieser Unabhängigkeitsfrage ursprünglich war. Und wir haben uns jetzt als CWI, unsere Sektion dort, die Socialist Party, damit auseinandersetzen müssen in der Vergangenheit. Grundsätzlich unterstützen wir die Unabhängigkeit Schottlands, das Selbstbestimmungsrecht von Nationalstaaten und gehen da aber von einer anderen Argumentation als die SNP und viele Schichten in der Bevölkerung aus, die sich mal ganz abstrakt eine gewisse Verbesserung durch die Unabhängigkeit erhoffen. Die SNP führt ihre Kampagne für ein Jahr zu Unabhängigkeit, eher so mit dem Argument, dass sich eh nichts ändern wird. Die Queen soll weiter Staatsoberhaupt bleiben, Schottland soll in der NATO bleiben, es soll eine Währungsunion beibehalten werden und Schottland soll auch den Euro beibehalten. Die einzige vielleicht fortschrittliche Forderung von der SNP ist, dass Atomwaffen, die Großbritannien in Schottland auslagert, aus Schottland wegkommen sollen. Aber ansonsten ist grundsätzlich die SNP eine reaktionäre Big-Business-Partei. Unsere Sektion in Schottland, die Socialist-Party, verwendet jetzt diese Frage der Unabhängigkeit, um mit Menschen über den Sozialismus zu reden. Für ein unabhängiges sozialistisches Schottland. Weil ein unabhängiges Schottland grundsätzlich mal bessere Perspektiven für diese sozialen Proteste und für den Übergang zum Sozialismus bietet. Und grundsätzlich gibt es eine gewisse Schicht oder eine große Schicht der Arbeiterinnen und Arbeiter, die das anspricht. Auf unseren Events, auf unseren Kampagnen, hat sich gezeigt, dass eine enorme Masse an Arbeitern mit dieser Position sogar mehr anfangen können, als mit der der SNP. Weil wir grundsätzlich einmal soziale Probleme ansprechen. Weil wir grundsätzlich einmal den Menschen noch eine Stimme gegen so soziale, unsoziale Steuern wie die Bedroom-Tags, die Haushaltssteuer, bieten. Okay, Thomas Sheridan haben wir auf eine Diskussionsveranstaltung eingeladen und ihn in unsere Arbeit mit eingebunden. Er hat eine große Autorität in der schottischen Arbeiterinnenklasse. Ist aber grundsätzlich jetzt einmal kein Marxist mehr. Früher hat er marxistisch-sozialistisch argumentiert. Das macht er jetzt nicht mehr. Er redet grundsätzlich jetzt einmal so von so abstrakten Begriffen wie Freiheit und Unabhängigkeit. Der Redner auf der Sommerschulung hat es nicht verglichen, dass es eher so wie Braveheart klingt, der Film von Mel Gibson. Aber gleichzeitig redet er dann auch über Nationalisierung unter demokratischer Kontrolle der Produktionsmittel und dem öffentlichen Eigentum von Öl und Gas. Das würde Mel Gibson jetzt nicht machen. Das heißt, er ist ein positiver Faktor für unsere Kampagne. Und es ist nicht umsonst, dass jetzt die Unterstützung für ein Jahr bei immerhin 43 Prozent liegt. Das heißt, immer noch nicht genug, dass es für eine Unabhängigkeit reicht. Aber wir haben es, das zeigt sich, vor allem durch unsere Kampagne ausbauen können, diese Unterstützung. Wir haben bisher über 60 Veranstaltungen abgehalten mit Besucherzahlen von ca. 200 Teilnehmern, jeweils also gut geschätzt 30.000 TeilnehmerInnen auf unseren Veranstaltungen gehabt. Das heißt, auch hier haben wir Leute, die wir über diese Unabhängigkeitsfrage, den Sozialismus und unsere Partei heranführen, was sich ganz konkret in Mitgliederzahlen, in Aktivitäten über die Socialist Party dann ausdrücken. Ja, es ist problematisch, wäre die Situation in der allgemeinen Linken, wenn dann wirklich ein Nein, wenn dann wirklich für ein Nein gestimmt werden würde. Das würde die schottische Linke, so nehmen wir an, grundsätzlich einmal demoralisieren. Unsere Sektion hat trotzdem die weitere Perspektive und gibt auch zu anderen sozialen Fragen, wie eben der Bedroom-Tax, der Haushaltssteuer, der Wassersteuer, den Menschen. Eine Stimme organisiert sich mit den Menschen. Das heißt, selbst wenn für ein Nein gestimmt wird, gibt es 100.000 weitere Perspektiven für die schottische Arbeit in den Klasse, sich zu organisieren und 100.000 weitere Perspektiven für unsere Schwesterorganisation, um die Socialist Party hier eine führende Rolle einzunehmen. Zu guter Letzt noch zu Irland. Sehr, sehr cool, wie Deutz momentan die Kämpfe ablaufen. Es hat auch hier gewisse Hoffnungen in eine Erholung der Wirtschaft gegeben, die enttäuscht worden sind. In den kommenden Monaten und Jahren wird es zu Protesten führen, hat in der Vergangenheit auch eben zu konkreten Protesten geführt. Die Mechadeuze hat zur sogenannten Anti-Austerity Alliance der AAA eingehen, eine Kampagne unserer Schwesterpartei, ebenfalls Socialist Party genannt. Es geht bei der Anti-Austerity Alliance grundsätzlich um eine Anti-Haushaltssteuer-Kampagne. Die Haushaltssteuer sollte von der Regierung in Irland eingeführt werden und ist eine komplett unsoziale Steuer, die vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrem finanziellen Status extrem angreift. Anfang 2012 haben wir drei Monate Zeit gehabt, um bis Ende März eine Kampagne aufzustellen, weil bis Ende März hat diese Steuer bezahlt werden müssen. Und tatsächlich ist es uns aufgrund dieser Anti-Haushaltssteuer-Kampagne gelungen, 52 Prozent der Bevölkerung dazu bewegen, diese Steuer nicht zu zahlen. Wir haben in 20 und 26 irischen Bezirken diese Kampagne geführt und haben allein in den ersten drei Monaten von 2012 30.000 Menschen wieder auf Veranstaltungen gehabt. Die politische Elite in Irland hat davon wohl Wind bekommen und ihre Taktik geendet. Jetzt ist es auf einmal so geändert worden, dass die Steuer direkt über die Lohnsteuer bezahlt worden ist. Das heißt, es hat keine Option mehr gegeben, ob man es jetzt zahlt oder nicht. Es ist den Menschen aufgezwungen worden und nicht zahlen war keine Option mehr. Das heißt, auf Steuerebene Widerstand zu leisten, war ebenfalls keine Option mehr. Hier hat es dann Debatten in der Anti-Haushaltssteuer-Kampagne gegeben und ein Teil hat sich eben unter der Führung von unserer Sektion dann für eine politische Kampagne entschieden. Es wäre möglich gewesen, bei den Kommunalwahlen 100 bis 200 Anti-Kürzungskandidatinnen aufzustellen. Zum Vergleich, die Labour Party stellt 51 Stadträte. Das heißt, wir hätten mindestens doppelt so viele Stadträte wie die Sozialdemokraten in Irland aufstellen können. Aber es sind zwei Faktoren dazugekommen, die das verhindert haben. Es ist zum einen einmal die starke Anti-Parteien-Stimmung, die in der Anti-Haushaltssteuer-Kampagne gewesen ist. Das heißt, man war grundsätzlich auf breiter Ebene gegen Parteien und gegen Beteiligungen an Wahlen. Damit haben wir uns auseinandersetzen müssen. Außerdem eine sehr sektiererische Position der SWP, Max 21, wenn man es auf Deutschland überträgt, die ihre eigene Kampagne starten wollte. Und auch hier haben sich potenzielle Aktivistinnen von der Kampagne abgespalten. Im Endeffekt war es notwendig, dass wir als CWI, unsere internationale, unsere Sektion in Irland, in den Gebieten, wo wir besonders stark waren, eine eigene Kampagne in Form der Anti-Austarity-Alliance gestartet haben. In der AEA haben sich sieben bis acht Gruppen mit je circa 20 Teilnehmerinnen alle zwei Wochen getroffen, sind von Tür zu Tür gegangen, haben mit Leuten diskutiert und Leute in die Arbeit eingebracht. Wir haben in elf Wahlkreisen kandidiert und ungefähr 400 Mitglieder, die Socialist Party nicht mit einberechnet, für unseren Wahlkampf mit einbinden können. Acht bis neunhundert weitere Aktivistinnen haben dann zusätzlich noch für uns Flugblätter verteilt. Das heißt, da haben wir einen großen Einfluss in dieser Bewegung gespielt. Und am Ende haben wir 39 Kandidatinnen stellen können, von denen 14 gewählt wurden. Neun von diesen 14 gewählten Anti-Kürzungskandidatinnen waren Mitglieder der Socialist Party. Es hat dann grundsätzlich eine berechtigte Kritik gegeben, was wäre, wenn wir als Socialist Party angetreten wären. Wir haben uns dann mit einer Ministudio sozusagen, mit einer Einschätzung mit auseinandergesetzt und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nicht mehr als sechs Stadträte hätten wir alleine kandidiert geschafft hätten. Das heißt, wir haben zusätzliche drei Stadträte durch dieses breitere linke Auftreten geschafft. Das heißt, das war ein taktischer Schritt, der durchaus notwendig war. Und auch ein wichtiger Schritt für eine neue breite ArbeiterInnenpartei. Also alleine würden wir das nicht setzen. Und diese Anti-Austerity-Alliance ist jetzt momentan noch schon die fünfte stärkste Kraft auf Kommunalebene. Auch hier bauen wir weiter aus. Jetzt geht es darum, auf die Parlamentswahlen zwischen jetzt und 2016 sich hinzuorientieren, aber dabei den Klassenkampf in Betrieben und Gewerkschaften nicht außer Acht zu lassen, sich mit den dörten Beschäftigten auch zu organisieren und auch den Charakter einer bolschewistischen Partei in diesem Aufschwung, wie es für alle unserer Parteien, die sich im extremen Aufschwung befinden, nicht zu verlieren. Wir führen also diese Kampagne in diesem Moment weiter und in diesem Moment bauen wir unsere Kräfte aus. Es gilt eben nicht nur für Irland, es gilt nicht nur für Hongkong, es gilt nicht nur für all die ganzen anderen wichtigen Schauplätze des Klassenkampfes, die ich jetzt aufgezählt habe. Der Klassenkampf ist weltweit in Anbetracht einer sich noch immer verschärfenden Krise zwar nicht immer überall im Aufschwung, wie er sein sollte und nicht immer überall in perfekter Relation zu den Kürzungen stehend, aber die Arbeiterklasse kennt nur kleine Niederlagen und die Erfolge der letzten Jahre geben uns durchaus als CWI die Perspektive, dass die nächsten Jahre nicht langweilig werden und wir grundsätzlich beim Aufbau von breiten Arbeit in den Parteien beteiligt sein werden, hier führende Kräfte, führende Positionen einnehmen werden und auch die Weltrevolution dadurch einen Schritt näher bringen.